So, herzlich willkommen zurück. Was ich gleich noch machen könnte, hier meine To-Do-Liste, da wollte ich mal ein bisschen was eintragen. Zum einen die Bahnstrecke, habe ich schon eingetragen. Dann auf jeden Fall noch das mit Off-Schalter für Lager. Und CNC-Maschine. Und noch was? Weiß ich. Naja, krieg ich nicht. So, haben wir das schon mal eingetragen, für den Fall, dass es doch ein bisschen länger dauerte und ich es vergessen sollte. Das wäre ja nicht so schön. Übrigens habe ich mittlerweile auch den Puffer aufgebaut. Ich habe jetzt quasi schon voll bis zum, wann ist der 24? Ich glaube bis zum 24. Also fünf Wochen Puffer habe ich jetzt schon. Jetzt ist sowieso die Frage, wie es aussieht mit den Abschlussprüfungen bei uns, weil derzeit regt sich dann ein bisschen was. Der nette Herr Wieso hat ja mal wieder ein Zerstörungsvideo gemacht. Also jetzt keine Zerstörung der CDU oder so ein Scheiß. Sondern hier mit diesen Abschlussprüfungen, etc. So, na na. Mein lieber Server, was war das gerade hier? Entschuldige mich mal bitte. Das geht ja so mal gar nicht. Ich stelle die Frage ist, weiß dieser Volta eigentlich, wer wir sind? Weiß er, dass ich der, ne, dass ich der bin, der ich bin? Ich weiß noch gar nicht, ob ich das gerade in meinem, äh, in den, in den, in den, in den, quasi in diesem hier, äh, 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 bei der Serverbeschreibung, ne? Wenn man die Server anklickt, hat man da rechts immer so eine Beschreibung, ne? Ob ich, ob ich da drinne stehen habe, dass Ronix mein jetzt Player-Account ist. Oder so. Ah, tschau tschau. So. Wäre eine gute Frage. Alter, ich hab das Fenster auf, ja, und trotzdem ist mir warm. Man merkt, der Sommer kommt. So. Danke, 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 danke. Und der heftige Scheiß kommt hier rein. Ja, das war gut. Komm, machen wir einfach hier. Wir sind fast schneller. So. Dann kommen jetzt die restlichen Beete dran. Yay. Und wenn wir denn die Beete fertig haben, kommen wir uns erst mal um eine schöne CNC-Maschine. Ne, dann machen wir jetzt mal die anderen Felder, fertig. Dann haben wir das mit den Feldern abgeschlossen. Und dann machen wir die CNC-Maschine. Mach' wir jetzt. Mach' wir keinen Scheiß. Da kommen wir jetzt hier wieder. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Komm' jetzt. Ach. So. So. Dann kommen wir noch nicht weg, sondern die können wir dann gleich gleich benutzen für unser neues Beet da hinten. Das wäre ganz geil, ganz nice. Dann haben wir da sogar auch gleich mal ein paar Ananas. Also halt, was tue ich denn da. Einmal am Zaun hängen geblieben. Sehr schön. Wobei ja, Ananas wirklich schon ein bisschen exotischer ist. Keine Ahnung, ob sich das wirklich lohnt für so ein kleines Klenke, äh, so ein Dorftrottel und so. Ähm. Weiß ich nicht. Oder ob wir da lieber wirklich bei klassischen Sachen bleiben, sowas wie, weiß nicht. Eben hier so Gurke, Kartoffeln und so ein Schein. Also, das, was hier tatsächlich auf den beiden Feldern wächst, ne. Ansonsten halt auf jeden Fall die vier Getreidearten, die werden wir da auf jeden Fall anbauen. Und, äh, aber eben so klassische Sachen, ne. So, wie gesagt, Gurken, Kartoffeln, vielleicht auch Möhren und Tomaten und sowas alles. Aber sowas wirklich außergewöhnliches wie Ananas wird dann wahrscheinlich einfach zu viel. Äh. Mal gucken. Dann entscheiden wir, wenn es soweit ist, wenn ich hier die Felder abgeerntet habe. Achso. Ich wollte ja mal erst hier so machen, muss ich nicht mit dem Abteil, sondern weil ich dann mal genau, wie viel ich hier einpflanzen muss. Warum bleibe ich jetzt ja dort am Zaun hängen? Gott, das ist ja schlimm. Na, siehst du hier, das sind hier so unsere klassischen Beete, ne, so Kartoffeln, Gurke, äh, Möhren und Tomate. Ne? Das braucht jeder Mensch, das ist so Grundnahrung. Also, ist das, ne, dieses typische für deutsche Spiele halt, ne, also ich meine. Was jetzt ist das? Äh, Karotte, äh, ich weiß gar nicht. Ähm, bei Minecraft zum Beispiel, also bei Minecraft 2, von der weiß ich das, da gibt's auf jeden Fall Kartoffeln und Karotte. Gurken gibt's da auch keine und Tomaten nicht. Auch nicht. Ähm, klar, da gibt's nur... Gab's ja nicht drei Sachen, die man anpflanzen konnte? Bin ich grad ein bisschen mal fragt. Hm. Ich meine, okay, klar, also, ja, ich weiß, es ist ganz so eine rote Beete, aber gut, das hab ich jetzt absichtlich ausgelassen, weil rote Beete ist für mich so komplett... Nein. Das mag ich nicht. Ähm, aus privaten Gründen schmeckt mir einfach nicht die Kacke. Und mein geschmackstechnischer Hass auf rote Beete ist so sehr, dass ich es sogar ingame hasse. Das schwappt quasi rüber, auch wenn das hier eine isolierte virtuelle Maschine ist, quasi, die in meinem Kopf läuft, ist mein virtuelles Ich, was innerhalb dieser virtuellen Maschine läuft, dieses virtuell Charakter hier spielt, ist dafür genauso betroffen. So sehr hasse ich das. Ähm, wir brauchen Platz. Ja, darf gehen natürlich nicht. Ich brauch mehr Platz. Nein, doch, ich warte jetzt. Ey, Fiki, die ganze Zeit Brote, wie oft ich arbeite? Was hat denn hier los? Wie viel das ist? Warum haben wir hier so scheißgroße Beete? Da willst du einmal angeben? Ja, der hat ja den Salat. Du musst die ganze Zeit hier mehr Arbeit mehr dafür angeben. Reis, 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 Reis. Bist du? Ich packe da hinten auf die Dreiecke, Beete einfach komplett nur Reis und sag, ja, ist japanisches Dorf. Die machen das so. Die brauchen nichts anderes. Ist aber halt wirklich so. Also ich, ne, nein, also jetzt bitte nicht, ey, äh, das soll keine Forchalisierung sein und das soll doch vor allem keine Beleidigung sein, wie gesagt, ich mag Asiaten, vor allen Dingen Japaner, ich mag Japaner sogar noch viel mehr als Deutsche, also wenn ich irgendwelche Kulturen beleidige, dann Deutsche, ähm, aber es stimmt halt tatsächlich, da gibt es halt so unendlich viele Reisprodukte und die machen halt aus Reis einfach alles. Ich meine, ihr müsst euch nur mal in Japan, ähm, da gibt es, gibt es ja in Japan unglaublich die prägen quasi das Stadtbild, diese Essensautomaten, ne, da stehen einfach so Automaten, so am Straßenrand, so wie bei uns, kennt man ja von uns, von den Bahnhöfen, ne, diese kleinen Snackautomaten, die stehen dazu auf an jeder Straße und du hast mindestens an jeder gut belaufenden Straße, hast du mindestens fünf oder acht von diesen Snackautomaten direkt nebeneinander und da hast du wirklich alles Mögliche, da hast du halt klassisch, so wie wir halt auch haben diese klassischen Snacks, aber du hast auch richtig Getränke, warme Getränke, warme Mahlzeiten, sogar, also du hast richtige Heizautomaten und zum Scheiß, ähm, also das ist wirklich einfach alles, was man irgendwie in irgendeiner Art und Weise, ja, äh, als To-Go irgendwie machen kann. Und da gibt es auch so, 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 so Sachen, wo man denkt, Junge, dafür braucht man doch normalerweise keinen Automat, da gibt es sogar richtig so Automaten mit, mit richtigen Broilers und sowas alles, einfach als Automatware, wo man sich so denkt, Digga, was stimmt nicht mit dem? Und da habe ich halt auch letztes so einen Automaten gesehen, da war halt, ne, diese, die, kenn er, ähm, diese typische Reißdreiecke, ne? Ähm, und die aber wirklich in jeder, in wirklich, also, ne, wie gesagt, ein Automat, da hast du so acht Knöpfe, mal nochmal acht Knöpfe, also 64, 64 verschiedene, ja, Bedienelemente quasi, und hinter jedem hat sich ein Reißgericht versteckt. Also, wirklich, Reiß mit Konfitüre, über Reiß mit, äh, ne, so, die klassischen Sachen, die sie auch hier gibt's, wie, äh, wesentlich Pilzsoße, natürlich, klar, aber halt auch solche Sachen, wo man denkt, so, okay, das würden wir jetzt hier, hierzulande eigentlich nicht mit Reiß essen, zum Beispiel halt Reiß mit irgendwelchen süßen Bohnensoßen, äh, Reiß mit Alge-, alles Mögliche an Bohnensoßen sowieso, aber halt auch so, wie gesagt, Konfitüre, äh, ja, also, einfach alles komplett einmal quer durch die deutsche Küche, aber immer mit Reiß kombiniert. Fand ich schon ganz witzig. Ich meine, klar, hat natürlich auch große Vorteile, weil Reiß ist, ist halt von der, von der Art, wie es angebaut wird, ist halt relativ leicht vom Anbau her, relativ nah wert, und wächst, wie gesagt, dort in deren Region, ne, äh, Japan ist ja so Gebirgsregion, und da hast du wirklich alles von Gebirge bis hin zu, zu Wasserregion, weil Japan ist ja halt ne, wie sagt man dazu, Inselland, Inselstaat, Insel, keine Ahnung was, also Staat sowieso nicht so ganz das Land, klar, aber ist halt ne Insel im Ozean, wenn man so will, also ist kein riesiger, Kontinent, so wie Europa, oder, oder, ähm, hier, na, Russland ist ja auch riesig von der Fläche her, oder halt, na, Amerika ist ja auch relativ groß, also der, der amerikanische Kontinent, meine ich jetzt so, ähm, und wenn man das halt mit Japan vergleicht, merkt man schon, okay, Japan ist doch schon von der, von der Fläche her wesentlich kleiner, ähm, und das heißt, die haben halt extrem viel Wasser, extrem tropisches Gewetter, also jetzt nicht richtig tropisches Wetter, aber die haben halt extrem lange Regenperioden, extrem feuchtes, extrem feuchte Luft auch zum Teil, äh, die haben ganze, ganze Jahreszeiten, die wirklich, wo es fast jeden Tag nur regnet, äh, ne, also quasi so wie bei uns hier, äh, Sommerzeit und Winterzeit haben die dort auch eine richtige Regenzeit, wo es ja wirklich, ich weiß nicht wie lang die ist, aber mehrere Wochen, wo es einfach wirklich jeden Tag kontinuierlich einfach regnet, ähm, und das ist natürlich wie gesagt, gerade für solche Sachen wie Reis und so, das absolut Idealste, was du haben kannst, weil Reis ist ja auch feuchtem Boden, ne, Reis hast du ja quasi, äh, da hast du halt Boden, dann hast du im Boden halt die Reispflanze und über dem Boden hast du eine richtige Wasserschicht, das heißt, der Reis, naja, schwimmt halt nicht im Wasser, klar, sondern ist quasi im Boden, aber du hast quasi über dem Boden bei Reis hast du eine richtige Wasserschicht, so viel Wasser braucht Reis und das ist natürlich da in Japan, äh, ideal, weil die haben halt diese riesigen Berghänge, da hast du halt auf der einen Seite hohes, hohes Bergmassiv, wo es natürlich gerade in der Regenzeit natürlich in Strömen runterregnet, dann hast du halt auf der anderen Seite das Tal, wo das Wasser hin kann, das heißt, du hast überall richtige Ströme, naja, und das ist natürlich ideal für Leute Landwirtschaft, die da auf Wasser angewiesen ist, äh, ja, von daher schon nicht schlecht, schon echt nicht schlecht, so, ey, sind wir fast am Ende, lol, ging ja doch schneller als gedacht, gut, ich hab wahrscheinlich doch einfach nur mehr geredet als gedacht, aber das ist eine andere Seite, das sind Details, die interessieren können so, jetzt alles grün, alles grün, alles grün, alles grün, alles grün, alles grün, so, perfektion, ach ja, es ist immer noch warm, so, einmal hier alles auf, einmal hier alles und einmal hier so schönes U, vielleicht mache ich auch irgendwann die Dinge hier einfach komplett zu, äh, aber ganz ehrlich, ich finde halt hier mit dem kleinen Weg halt irgendwie schön, das ist halt optisch sehr, sehr realistisch, sehr schön, so dieses typische, ne, dass man so in den Feldern halt auch diese typischen Gehwege hat, was ist denn hier los, ähm, mag ich schon, finde ich sehr geil, finde ich sehr hübsch, so, das hätte man so weit auch alles, grün, sehr schön, jetzt kommt hier, oh, die sind ja auch schon gut gewachsen hier, hallo, ja, so, erst mal die ganzen Bären, ähm, Backpack, dankeschön, ja, klar, war voll intelligent, erst die untere Reihe wegzumachen, die dir am wenigsten stört, da, ich war wieder, die Intelligenzlosigkeit, Freunde, Ronny, so, also die Dinger werde ich hinten auf jeden Fall nichts machen, genauso wie die Dinger hier, ne, mit diesem, wo man diese Stöcker braucht, also diese Weinreben und so, dann, ne, ne, das kommt definitiv hin, definitiv hin, da hätten wir uns auf, also, wie gesagt, auch so kleinere Sachen konzentrieren, vielleicht, vielleicht tatsächlich sogar auch Reis, mal gucken, was halt cool wäre, wenn man das wirklich auch so als Mock mal realisieren könnte, ne, dass man quasi Reis, also wenn man hier so Reis hat, ähm, das vielleicht wirklich auch so machen könnte, dass es irgendwie so eine Mod gibt, mit realistischerem Reis, ne, dass man quasi Reis nur dann pflanzen kann, wenn über den Block auch noch ein Wasserblock ist, ich weiß nicht, ob man den so einen Block überhaupt haken kann, wenn da Wasser drauf ist, keine Ahnung, aber das kann man ja quasi dann in der Mod auch umschreiben, diese, dieses Handling, ähm, dass man quasi, wie gesagt, nur Reis nur dann pflanzen kann, wenn halt wirklich noch Wasser drauf ist, und dass den Reis vor allen Dingen aber auch so hoch wird, wie halt echter Reis, weil die echten Reissträucher, die sind teilweise relativ groß, und viel größer als das, was da vorne so als Reisbüschelchen ist, weil so eine kleine Reisbüschelchen, wie sie da vorne sind, so, 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 so Büschelchen wie hier so, ne, eher nicht so. Reis wird dann doch schon etwas grobischer. Tja. Oh, Gott, wie viel? Nein. Oh, Alter. Ah, gut, wird es nicht verschwendet. War so alles geplant. Yay, einmal alles durch. Wooo, Hardcore, ab nach Hause, kein Bock mehr. Und das erste schon wieder fertig. Oh, der sagt, ich bin wieder fertig. Ich gelob's dir nicht. Äh, das hat hier, das wächst wirklich immer super schnell. Das ist ungefähr so wie in Meidton dieses Rote-Bete-Zeug. Da, das, 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 das wächst einfach so abartig schnell, da kriegst du eine Krise. Da, da kriegst du alles. Aber halt auch eine Krise. So, fertig. Spaß. Ähm, Taschen leer machen. Einmal alles rein. Kaffee auch. Nee, Kaffee glaube ich nicht. Hatten wir hier Kaffee? Doch, tatsächlich. Kaffee hat man auch, ja. War mir gerade nicht mehr so sicher. War mir gerade echt nicht mehr so sicher. Wolli, ja, 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 ja. War mir hier. Klick doch mal, du Arsch. So. Ah, die Ananas-Dinger dürfen wir definitiv nicht rein machen. Erstens kriegen wir die nicht mehr so schnell raus. Und zweitens können wir die auch direkt wieder einpflanzen. So. Dann gucken wir mal. Ähm. Warum so langsam? Hat was umgestellt gehabt, dass es so langsam so noch geht? Hm. Na gut. Das ist so. Egal. So. Äh. Wir bauen auf jeden Fall an. Getreide. Reißen nicht. Aber die anderen Getreidearten. Dann müssen wir nur gucken. Das war da. Jetzt nicht alles rausnehmen. Hä? Warum geht das nicht? Hä? Wie geht das denn? Hä? Ich hab grad, äh, dieses, dieses, dieses mit Rechtsklick versucht rauszunehmen. War aber mit Linksklick rausnehmen. Leider ist das hier volle Geschwiligkeit herkippt. Da kommt mir hier einfach den ganzen Stack raus. Und hier auch. Da haben wir jeweils eine ganze Menge. Da brauch ich das nicht so umständlich machen. So, ja, das war intelligent. Perfekt. Und eins fehlt aber noch. Ach nee, doch, alles da, alles da ist. So. Dann hatte ich gesagt, auf jeden Fall einmal Möhren, einmal Kartoffeln, einmal Gurken und einmal Äpfel. Nee, Tomaten. Ansonsten, das andere Zeug können wir alles hier lassen. Nee, mehr braucht man nicht, mehr braucht man nicht. Da ist recht aus. Würde ich mal sagen, also würde ich mal sagen, gucken wir mal. Vor allem gucken wir mal, wie groß die Felder überhaupt noch mal sind, wie wir das dann dümmsten von der Aufteilung her machen. Hier ist schon wieder alles fertig, ich glaub's ja. Dann bist du die ganze Zeit nur dabei, hier Blaubeeren zu kloppen. Wir haben drei Blaubeeren, fällt mir grad mal ein. Einmal die von Mindtest, einmal die von Farming Redo und dann die von dieser komischen Tortendinger da. Nein. Oh, fuck. Ich war grad am stehenbleiben, weil ich grad überlegt habe. Und ja. Ah ja, was soll's. Ähm, wo war ich das stehengeblieben? Genau. Mit dem Blaubeeren. So, sehr schön. Auch wieder der obligatorische Apfel hier. Ja, komm. Den snacken wir einfach mal direkt weg. Und da ist schon wieder mein Sprint alle. Ich globe das nicht. So, ich würde noch sagen, ganz vorne die Reihe. Gott, ja, doch, na, vielleicht doch ein bisschen grün, als ich dachte. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alter, warum häng ich denn hier um einen Zaun fest? Wie scheiße groß sind denn diese Zäune? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, wölf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfte, 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 fünfte das heißt da machen wir vorne einmal komplett weizen jeden mal einfach komplett die anderen drei weizen arten wir folgen dieses klassische meintest weizen und bei den anderen die anderen drei dinger und mit den anderen vier sachen müssen wir gucken wie wir das am dümmsten auf 33 felder verteilt bekommen wobei es geht sogar ja doch da fällt mir schon ein ja doch das ist perfekt ich bin super intelligent also auch ein bisschen dummes hat man ein das ist doch egal ja vielleicht war schon eine was ich vorhabe warum habe ich kein sprint mann ich kurz besser dieses langsame rumlatschen hier das geht ja mal so wir brauchen was brauchen wir denn habe ich das gemacht oh ja ich esse gerade die ganze zeit kartoffeln so wir brauchen ich brauche acht penis so 33 mal viel ist das 132 nein doch 33 mal 4 doch das 132 oder 166 doch 132 ist doch richtig das heißt 1,99 also brauchen wir noch mehr holy crap zum glück ach du scheiße wie sagen wir davon nur noch so wenig hä wir müssen doch mittlerweile massig weiß zusammen haben habe ich das schon zweimal hier im inventar ne ne nö warum haben wir gerade mal genauso viel weizen äh wie wir hier von diesem out äh ach das ist weiß um weiß weiß man sich warum ich dachte wir hätten hiervon schon viel viel mehr weil der weizen haben wir echt massig von neuer gute kampus hat doch nicht ganz bestückt werden schade drum aber was soll's den nehmen wir hier erstmal alles raus außer ein stück so und dann gucken wir mal ähm was jetzt weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit so wir brauchen hiervon 32 dann brauchen wir hiervon 32 da brauchen wir also noch ein bisschen was ähm ich mach das mal jetzt manuell rausnehmen so dann brauchen wir nein 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 das hier ich habe gerade die ganze zeit irgendwie bin gerade vorausgegangen dass das hier reißen ist wohl bei ne und weil und weiß ja okay sorry ist das vielleicht äh gar nicht brauchen arzt ich brauche nur von den arzt so die restlichen sachen können wir erstmal wieder ins lager schmeißen also einmal so so und so und das gleiche mit den möhren bin ich eigentlich dumm bin ich eigentlich dumm ne doch ist richtig bin ich eigentlich dumm wir haben doch wir haben doch 33 fälle und da wollen wir drei arten anbauen das heißt ich brauche jeweils nicht 32 sondern eigentlich 44 weil wir haben 33 breite das durch 3 sind 11 und 4 je reihe sind 4 x 11 also 45 ok also kommende zurück wir brauchen jeweils noch 8 dazu ähm da brauchen wir nochmal 32 wo sind die anderen sachen wir hatten noch andere sachen mitgenommen oder nicht welche sich gerade bescheuert wir hatten doch auch noch tomaten und guck mitgenommen oder nicht hat sie nicht tomaten guck mitgenommen gehabt also lange welche bis kürren ist doch schon 12 123 also 12312 so jetzt haben wir es aber auch gelockt dann auf den krieg ob wir nochmal nochmal hier das zeug gesammeln sollten damit wir noch ein bisschen mehr von diesen samen bekommen ich gebe bock drauf ne ne ist das blöd das dauert mir zu lange wir haben sowieso schon wieder völlig überlänge fällst du gerade mal auf ach jetzt machen wir lieber pause dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dann bis dann